Wie kam es dazu, dass ihr euch entschieden habt, als Familie mit Kind und Kegel nach Florida zu gehen? Okay, da muss ich was weiter ausholen. Die Idee des Auswanderns besteht bei mir schon sehr lange. Ich bin immer schon gut darin gewesen, meine eigenen Sachen zu versuchen. Und jeder, der das in Deutschland mal versucht hat, weiß, das ist bei uns relativ schwierig, weil man einfach viele Regularien einhalten muss, sich an sehr viele Gesetze halten muss. Dann wird einem vieles vom Staat schwierig gemacht. Das sind solche Sachen, die sind in anderen Ländern einfacher. Zum Zweiten ist meine gesamte Familie über den Globus verstreut, wenn man das mal so sagen kann. Ich habe zwei Geschwister in den USA. Ich habe eine Schwester in Südfrankreich an der Grenze zu Spanien. Ich habe eine Tante, die halbjährlich auf den Seychellen und die andere Hälfte des Jahres in Italien lebt. Und das ist sehr verbreitet in meiner Familie, dass man also auch mal zumindest ein Jahr oder zwei ins Ausland geht, um sich das mal anzuschauen. Und ich habe das noch nicht gemacht. Und deswegen hatte ich immer schon die Idee, naja, vielleicht könntest du ja irgendwann mal Auswand warten. Dann hatten wir Neuseeland im Gespräch. Dann hatten wir die Schweiz im Gespräch und auch Frankreich. Und also alles Mögliche. Und jetzt kam halt dann der YouTube-Kanal. Und der beschäftigt sich hauptsächlich mit der amerikanischen Raumfahrt, weil da einfach sehr viel passiert. Es gibt auch andere interessante Projekte, wie zum Beispiel Rocket Lab. Ich bin ein Riesenfan. Aber die sind auch basiert in den USA. Die starten zwar aus Neuseeland, aber eigentlich sind die basiert in den USA. Und jetzt starten sie auch aus Wallops, was bekanntlich an der Ostküste der Vereinigten Staaten liegt. Also vieles, vieles in der Raumfahrt momentan passiert in den USA. Dann bin ich im letzten Jahr mit einem meiner Patrons tatsächlich auf eine Reise in die USA gegangen, einem Australier. Was wieder ein tolles Beispiel ist dafür, dass diese Space Community aus Menschen der ganzen Welt zusammengesetzt ist. Das ist einfach herrlich. Und der kam aus Sydney und ich kam aus Frankfurt. Und wir trafen uns dann in Orlando und haben zwei bombastische Wochen Florida und Texas erlebt. Wir sind auch in Boca Chica gewesen. Und ich war oft schon in den USA, aber noch nie in Florida. Und ich habe mich so ein bisschen in Florida verliebt. Und dann habe ich das meiner Frau erzählt und ihr die Bilder gezeigt. Und dann kam eins zum anderen und wir sind beide recht mutig, sage ich mal, weil als ich das meinen Verwandten erzählt habe, waren die Reaktionen verhalten. Und wir trauen uns das, sage ich einfach mal. Und deswegen gehen wir jetzt nach Florida wegen der Raumfahrtindustrie, die da ja sehr groß ansässig ist. Und weil Florida ein wunderschönes Fleckchen Erde ist. Also sehr viel Natur, gleichzeitig aber auch sehr gut geeignet für eine Familie mit drei kleinen Kindern. Die Raumfahrtindustrie, die Möglichkeit einfacher als in Deutschland, was selber aufzubauen, wenn man den Drive dazu hat und so weiter und so fort. Und jetzt geht es nach Florida. Krass. Ja, ich freue mich riesig drauf. Ich kriege das so ein bisschen mit. Meine Freundin hat gerade gegründet, also ein Start-up. Und was das für ein Aufwand ist mit Notar und wie viel Kohle du erstmal einzahlen musst und was für Sachen du dir Gedanken machen musst. Und das ist schon, es ist nicht ganz so einfach. Du meintest das auch ja mal irgendwie in einem deiner Live-Streams, dass von wegen ja in den USA kannst du mit dem Fingerschnipp eine Firma gründen. Und das ist in Deutschland schwieriger. Das ist der beste Vergleich, ist die deutsche GmbH und die amerikanische LLC, was die Liability, Limited Liability Company ist. Also das ist was sehr Vergleichbares mit der GmbH. Es ist nicht ganz gleich, aber es ist sehr vergleichbar. Und ich war ja kurz, ich hätte eigentlich nur noch unterschreiben müssen, dann hätten wir die Whataboutit GmbH gehabt. Und das war ein Dreivierteljahr Prozess. Das war, wie du schon sagtest, der Notar und dann das Einlagekapital. Und dann mussten wir uns mit der IHK über den Namen streiten, weil die nicht genau wussten, wie man einen YouTuber einzuordnen hat und so weiter und so fort. Das war ein Riesenrabatz. Und dann standen wir kurz davor und dann haben wir uns entschlossen, nach Florida zu gehen. Und dann hatten wir das erste Gespräch mit unserem Einwanderungsanwalt, den wir da jetzt tatsächlich beschäftigen, damit das einfach geregelter und ohne Komplikationen vonstatten gehen kann. Und der sagte uns dann, ja, und dann müsst ihr noch die Firma gründen. Das könnt ihr ja dann machen, wenn ihr die zwei Wochen hier seid, um eure Besorgungen zu machen. Und ich sage, wie soll ich denn in zwei Wochen eine Firma gründen in den USA? Ich habe hier in Deutschland ein Dreivierteljahr gebraucht. Dann guckte er uns völlig verdutzt an. Es war so ein Zoom-Call, ganz ähnlich wie das, was wir hier gerade machen. Und sagte, wieso ein Dreivierteljahr? Du gehst da hin, füllst das Formular aus, bezahlst 200 Dollar und drei Tage später hast du deine Firma. Und das ist halt, da wird man schon ein bisschen neidisch, wenn man gerade dabei ist, eine Firma aufzubauen. Und das ist einer der Gründe. Es ist nicht der wichtigste Grund, aber es ist natürlich eine schöne Dreingabe, wenn man dann auch noch so wenige Probleme hat, dabei das Neue anzufangen. Und ist das dann also im Prinzip wirklich ein langfristiges Ding? Also ist das erstmal jetzt? Also was wir da jetzt uns holen, ist ein sogenanntes Investor-Visum. Und das gilt fünf Jahre und kann dann verlängert werden. Ob wir in den USA alt werden, wissen wir nicht. Aber für momentan ist es die richtige Sache. Wir wollen dieses Abenteuer wagen sozusagen und freuen uns riesig drauf. Und wie lange das dann dauert, das müssen wir schauen. Also meine deutsche Staatsbürgerschaft, die gebe ich nicht auf, falls das jetzt die nächste Frage sein sollte. Ich bin hier aufgewachsen und ich bin sehr verbunden mit Deutschland. Und ich werde viele Sachen hier sehr, sehr, sehr vermissen. Aber ich werde oft zu Besuch kommen, das ist sicher. Ich habe ja hier immer noch Familie und Verwandte. Und ich werde so oft, ich kann mich in den Flieger setzen und nach Deutschland kommen, um hier eine Bratwurst und Brötchen zu bekommen. Das sind halt solche Sachen, die vermisst du, wenn du dein ganzes Leben in Deutschland verbracht hast. Also wir haben das auch nicht leichtfertig, die Entscheidung getroffen. Auch wenn ich jetzt gerade sagte, das war so ein bisschen so eine Spontansache. Der Prozess des Auswanderns, der schwelte schon lange bei uns. Das waren schon zehn Jahre der Überlegungen. Und jetzt kommt es dann halt dazu. Und dann wollen wir mal schauen, wie es wird. Krass. Ich sehe, hier sind Superchats eingelaufen. Die werde ich Felix rüberschieben für seine Umzugskasse. Ach Quatsch. Und ja, also cool, dass ihr das macht. Und wie gesagt, es geht an Felix' Umzugskasse und stellt ganz viele Fragen. Und ich bin so ein bisschen jetzt nicht so in der Fragen-Hunter-Ratter-Modus, sondern im Prinzip, wir wollen so ein bisschen das Gespräch aufrecht halten. Ich lasse immer so ein bisschen mal eure Fragen mit einfließen. Ich hoffe, das ist okay. Motz, ihr könnt mir ja mal kurz so rüberschieben, auch von wegen, wie das so bisher ankommt im Chatverlauf. Die Frage nach der US-Staatsbürgerschaft zum Beispiel, die kam von Xilopus. Und der hatte dann nämlich im Prinzip auch gefragt, wie ist das mit Visum und so. Also fünf Jahre. Es ist komplex. Es ist eine komplexe Sache, ja, auf jeden Fall. Auch die Beantragung ist sehr schwierig. Man muss da viele, also so einfach es ist mit der Firma, so schwierig ist es, permanent in dem Land bleiben zu dürfen. Und da gibt es viele Sachen, die man einhalten muss. Also es gibt einen Grund, warum wir uns da jetzt tatsächlich diesen Einwanderungsanwalt dazu geholt haben. Weil um das Ganze problemlos zu gestalten, musst du einfach 150 Regularien kennen und die kenne ich nicht. Und ich habe auch gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und da ist der eine gute Alternative, auf jeden Fall. Also wenn noch jemand auswandern will, ich kann da einen Namen weitergeben, der ist gut. MBSIS fragt, Felix, was sagen deine Kinder zu dem Umzug? Oh, die freuen sich riesig. Denen habe ich ein Video von Disney World gezeigt und angefangen, Englisch zu lernen. Die freuen sich riesig drauf. Die waren auch alle nah zwei. Die beiden Älteren waren schon in den USA, in Alaska allerdings. Da waren wir mal sechs Wochen und sind da mit dem Wohnmobil bis zum Polarkreis raufgefahren. Also da sieht man schon so ein bisschen, wir mögen das Abenteuer halt auch. Und die freuen sich riesig drauf. Die sind schon kräftig am Englisch lernen. Und für die ist das genauso ein Abenteuer wie für uns. Der kleinste ist drei. Ob der das so richtig realisiert, was da gerade vonstatten geht, mag ich bezweifeln. Aber auch der freut sich schon und ist lautstark am Florida rufen, jedes Mal, wenn das Thema hochkommt. Und ja, die sind Feuer und Flamme. Die freuen sich riesig drauf. Und wir werden die natürlich viel, viel unterstützen müssen am Anfang. Wir werden sie auf eine ganz normale Schule geben, damit sie so schnell wie möglich Englisch lernen. Weil wenn sie müssen, dann geht es gut. Dann geht das schnell. Sie lernen aber auch schon sehr, sehr, sehr viel. Und wir machen uns jetzt schon gefasst darauf, dass wir da halt eben sehr viel am Anfang helfen und unterstützen und erklären. Und damit die auf keinen Fall alleingelassen sind. Aber die freuen sich sehr. Split Second Mom hat mir mal gesagt, dass sie Seckrichtstarter-Videos mit deinen Kindern guckt. Das hat mich natürlich sehr geehrt. Das ist so, ja. Geil. Sehr cool. Es gibt nicht viel, was auf Deutsch ist in dem Bereich. Und du bist da der Beste. Oh. Dankeschön. Eine Frage, also vielen Dank für das Kompliment, aber ich habe super Respekt vor deinem Kanal. Ich habe super Respekt vor deiner Professionalität. Du warst von Anfang an, hast du halt diese wirklich Fernsehstandard gehabt. Und ja, dazu. Die ersten paar nicht. War die Lehrkunft steil. Bei den ersten paar Episoden kann man dazu schreiben, er bemühte sich stets. Stetig und immer mehr. Stetig, genau. Ja, genau. Das bringt uns irgendwie zu Fragen vom Discord. Und zwar hatte Creamy und Eneas Fragen. Und zwar, Creamy fragte, wie bist du eigentlich zu der Idee gekommen, What About It zu machen? Und Eneas fragt, was hast du eigentlich davor beruflich gemacht? Also, cheers. Untertitelung des ZDF, 2020